Luckyfaro auf einem Euro. Wir gucken mal wie weit wir kommen. Hallo zusammen erstmal natürlich. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr schon dabei seid, dann gebt dem Video gerne einen Daumen hoch und vergesst auch nicht den Kanal zu abonnieren. Das hilft uns wirklich sehr weiter und wir zählen auf eure Unterstützung. Ich bin mal gespannt wie viel wir heute bei Luckyfaro so gewinnen werden. Mal sehen. Okay, wir starten mit einem Powerspin. Nicht schlecht, aber okay. Das ist doch schon mal ganz gut. Für die ersten Drehungen ist das doch super. 18 Powerspins. Los geht's. Oha. Hatte jemand von euch schon mal ein Vollbild nur mit einer Sache wirklich? Das ist ja echt schade, dass es nur das Kuh war, aber das habe ich auch noch nicht gesehen, glaube ich. Nicht schlecht. Ich würde sagen, das läuft bei uns. Oha. 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 Wow, das lässt sich erstmal so stehen. 53 Power Spins. Ab geht's. Das kann ja nur gut werden. Das kann ja nur gut werden. Das kann ja nur gut werden. Da muss natürlich auch ein bisschen was gewonnen werden zwischendurch, damit sich das lohnt. Das kann ja nur gut werden. Das kann ja nur gut werden. Was ist hier los gerade? Krass! Schade, dass das nur AGs sind und keine Power Spins noch dazu. Das kann ja nur gut werden. 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 Ich würde sagen, gleich knacken wir schon die 200. Okay, jetzt schon. Das kann ja nur gut werden. Auch nicht schlecht. Knacken wir noch die 300? Bestimmt, oder? Okay, jetzt wird es schwer, wenn die ganze Zeit nichts kommt. Ah ja, sehr gut. Oh mein Gott, hattet ihr das schonmal? 96 Power Spins? Ich glaub's ja nicht. Ich würd sagen, wir machen das im nächsten Video weiter. Schaltet also ein. Wenn ihr nichts verpassen wollt, klickt aufs nächste Video. Bis dann, ciao! 1 2 3 5 5 6 6 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Hi Leute, wir starten hier einfach mal mit 92 Power Spins ins Video. Ich würde sagen, los geht's. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, vergesst das bitte nicht. Und gebt dem Video natürlich einen Daumen nach oben, weil ich meine, wo sieht man 92 Power Spins? Hallo? Das ist richtig krass gerade, was hier abgeht. Habe ich selber noch nie erlebt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gewinne schon mal hattet. Wenn ja, dann schreibt es auf jeden Fall mal rein. Aber ich hatte solche Gewinne auf jeden Fall noch nicht. Ich bin richtig perplex. Bin mal gespannt, was wir noch so gewinnen werden. Ich sehe gerade ja schon, dass der Automat rüber buchen will. Das ist ein bisschen schade, aber ja, gucken wir mal. Wir gucken uns das an. Zum Glück sind ja die Power Spins ganz normal von der Geschwindigkeit her. Mal sehen, was wir noch kriegen. Mal sehen, was wir noch nicht. Mal sehen, was wir noch nicht. Jetzt können ruhig noch mal ein paar mehr Gewinne kommen, würde ich sagen. Aber ich meine, wir haben noch 60 Power Spins Zeit. Wann hat man das schon mal? Sehr schön, sehr schön. Das sind doch die Gewinne. Plötzlich kennen wir Turbobuch. Dann machen wir das doch. was wir noch extremen sind. Dann haben wir auchici, was wir schon First Nowadays. Und dann beenden wir uns zuerst die subsequent chúng. Also wir haben wir dasём, was wir jetzt auch nochcja. Das ist ja ... Oh, actually! Zwei, zwei, zwei. Zwei, zwei, zwei. Zwei, zwei. Wir sind aber jetzt schon bei 250 Euro, nicht schlecht. Zwei, zwei. Zwei. Zwei, 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 zwei. Gleich knacken wir die 300 schon. 901 immerhin. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Kommen schon noch 5 Powersplins, wir haben noch ein bisschen Zeit, die 400 zu knacken. Das wird schwer, aber vielleicht kriegen wir es hin. So, das buchen wir auch mal rüber. Der letzte Powersplin, kommen schon wenigstens die 350. Schade. Das nenne ich doch mal einen satten Gewinn. Das nehmen wir doch an. Wir wollen schließlich weiterspielen. Zwei Minuten ist nämlich leider E-Pause. Jetzt machen wir natürlich auf 2 Euro dann. Vielleicht kriegen wir nochmal einen Gewinn vor der Pause. Mal sehen. Ein Powerspin auf 2 Euro. Warum nicht? Oder bei 2 Euro Einsatz. So, so, los geht's. Gucken wir mal. Anderthalb Minuten noch bis zur Pause. Vielleicht kriegen wir nochmal einen Gewinn. Und jetzt machen wir mal einen Gewinn. Ja gut, welche Gewinne erwarte ich nun auch schon, wenn wir vorher schon so viel gewonnen haben. Naja, immer in einem Powerspin. Nee. Jetzt ist leider die Pause schade. Vielen Dank fürs Einschalten. Gebt dem Video, wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben. Nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschau. Tschau.